Amo a la Anus! Ach so, bereit machen Baby, wir heben ab, es geht los! Ja, nicht Bratwurst, Bruder, nein. Ich glaube, du sagst, dass ich mit meiner Äpfel heute Heidepark und Anza park alles, damit ich das Wetter habe. So, das Ganze erstmal ganz gemütlich, Leute, ne? Wir schauen erst mal, was unsere Fahrgäste verkennen. Die beiden Jungs in der Mitte sehen einigermaßen entspannt aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Sie hier vorne hält sich schon fest. In der Mitte hält mich schon Händchen in Achtung, Alter. Leute, entspannt euch doch einfach ein bisschen, entspannt euch ein bisschen. Das ist nicht so schlimm. Das wär' noch nicht, aber jetzt. Die Changa. I je 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 mentionn. Se results from that is a bit weird. It seems really fun to get close the whole Transmission. The absolute Panthe� Shah's Star. Come on , go spread the mountains. Goed Thecandocke, nome lavish. Das tut voll weh im Schritt. Kann ich machen, ja? Ja. So, das war schon mal ein bisschen angeschaukelt zum Anfang. War lustig, ne? War alles schön gelacht, alles schön mitgeschrieben und die da hinten lacht immer noch. Aber was los mit euch? Wollt ihr mehr? Und die hier vorne sind überzeugt, die dürfen schon mal weiterfahren. Ja, der Rest war leider schon langweilig. Ja, was ist das so? So Arschloch. Ey, sagst du immer, wie es ist? Kommen wir alle mal zusammen jetzt. Wollt ihr noch mehr? Ja! Na bitte, geht doch! Na bitte, geht doch! Erstmal wieder ein bisschen schwungholen. Ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach vorne. Und so schön. Ja! 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 Ist das nicht geil, Mann? Nur die besten Gefühle und keiner weiß, was als nächstes passiert. Jede Fahrt ist anders. Jede Fahrt ist voller Überraschung für euch. Für alles, was da oben passiert, macht man doch eigentlich selbe. Hier sitzt doch der Ingra am Lenker. Egal, was man mit der rechten Seite für die Mädels in der Hecke. Egal, was man schlecht bedennt. Und so ist ja ein bisschen her. Bleib von der Knie. Es tut ihm ganz häufig, du väinst. Wollt man sich jetzt aufhören? Wollt man sich dann irgendwie schlafen könnte. Wenn man einfach nur etwas Leben ausgeräumt ausgeräumt könnte, kreuzen wir jetzt die Strange! Ich werde sogar meinen Donalds mal wiederheben, dich durchgeduldig, nicht? Der hat so gefeiert haben wir wieder! Die höchste Partymucke und die krassesten Gefühle warten auf euch! So, ihr schaut mich schon wieder so an. Was ist los? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß, ihr wollt wieder mehr. Aber ihr müsst mich auch mal halten. Wir gehen die Ideen langsam aus. Pass auf, entweder können wir euch jetzt einmal mit voller Bucht nach oben hochreißen, dadurch kitzig die Gondel nach vorne und dann schmeißen wir euch nach vorne weg. Wie so ein Brief in so einem Schützkassen. Oder wir lassen euch von oben rückwärts runterfallen. Dann könnt ihr nicht sehen, wann ihr unten aufkommt. Das erste kribbelt mehr, das zweite ist gruseliger. Erstes oder zweites? Eins, eins, zwei, eins, zwei. Kommt doch mal beides, was soll's. Leute, Leute. Kommt mal, wenn ich was hören darf, gib mir alle ein. Heeeey. Das ist so geil. Letzte Rumpel. Und nochmal nach vorne, nochmal nach vorne. Alter, Kribbel, das sind klein. Kommt doch mal, das Ganze nochmal vorhinten. Und jetzt mit noch mehr Power runter. Und ab zum Sieben. Tag, Kribbel, die auf's. Dave, Kribbel, Kribbel, D sekником, So Leute, ihr könnt wieder zur Luft kommen, ihr könnt wieder zur Luft kommen. Voll durchgedreht auf der Party, Digger. Da sind wir wieder. Party allein!